Artemisia annua, die Heilpflanze, die man kennen muss. Seit über 15 Jahren ernten wir den einjährigen Beifuss bei uns auf dem Brummadhof inmitten der schönen Schweiz. Die Heilpflanze gedeiht wunderbar auf unserem biologischen Acker. Im Sommer beginnen wir fortlaufend mit der Ernte bis in den Herbst hinein. Schritt für Schritt zum optimalen Erntezeitpunkt werden die dunkelgrünen und feinduftenden Blattspitzen geerntet. Die gesunden Bitterstoffe sind direkt spürbar, denn die Pflanze wird von Hand geerntet und danach schonend getrocknet. Neben Tee machen wir auch Tinkturen aus der frischen Pflanze. Weitere Produkte zur äusserlichen Anwendung stellen wir ebenfalls her. In der Brunmaddrogerie können Sie die Artemisia-Produkte des Brunmadhofs beziehen und sich durch das geschulte Fachpersonal beraten lassen. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir freuen uns auf Sie. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.